Mein Name ist David Gras und ich bin 18 Jahre alt. Ich bestreite heute meinen vierten Kampf bei Defend FC und treffe auf einen mir gut bekannten Gegner, den ich im ersten Kampf durch eine Submission besiegen konnte und werde heute alles dafür tun, um den vierten Sieg in Folge zu sichern. Mein Name ist Tumor Timaev und komme aus Tschetschenien. Ich ringe schon seit mehr als zehn Jahren und mache in letzter Zeit viel MMA. Meinen ersten Kampf bei Defend habe ich gegen David verloren. Das Re-Match gegen ihn wollte ich unbedingt haben und habe mich sehr gut darauf vorbereitet. Ich habe heute eine andere Version von mir mitgebracht, eine verbesserte Version. Ich freue mich auf den Kampf. 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 Ich freue mich auf den Kampfmaß. Ich freue mich auf den Kampf. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020